Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Pempelfort. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 32 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 690 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.